Hi Leute, wir erklären euch heute GGT und KGV. Ihr solltet euch Wichtiges bei GGT merken. Wenn zwei Zahlen gemeinsame Teile haben, gibt es immer einen größten Teiler. Dieser wird größter gemeinsamer Teiler gemacht. Die Teiler von 16 sind 1, 2, 4, 8 und 16. Und die Teiler von 24 sind 1, 2, 3, 4, 8, 12 und 24. Der größte gemeinsame Teiler von 16 und 24 ist 8. Wir haben euch hier ein paar Aufgaben zum Lösen hingeschrieben. Bitte pausiert dieses Video, bis ihr fertig seid. Ihr seid schon fertig? Super! Hier sind die Lösungen. Die Teiler von 64 sind 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Die Teiler von 96 sind 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48. Man kann ganz leicht erkennen, dass 32 der gesuchte GGT ist. Das war der GGT. Jetzt kommt das KGV. Merke, unter den gemeinsamen Vielfachen zweier Zahlen gibt es ein kleines gemeinsames Vielfaches. Kurz KGV. Ein Beispiel. Vielfaches von 7 sind 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Vielfaches von 6 sind 6, 12, 18, 42, 30, 36, 42, 48. Das KGV von 6 und 7 sind 42. Nun haben wir euch noch ein paar Aufgaben zum Lösen hingeschrieben. Pausiert dieses Video, bis ihr fertig seid. Ihr seid fertig? Super! Hier sind die Lösungen. V30 sind, das Vielfachen von 30 sind 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Die Vielfachen von 80 sind 80, 160, 240. Und nun kann man erkennen, dass das KGV von 30 und 80, 240 ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da unten einen Daumen hoch.